Kanova Kanova hatte eine lebenslange Passion für den Tanz. Er hatte sogar den Traum, Tänzer zu werden. Als junger Mann zog es ihn in die bergigen Umgebung Roms oder nach Trastevere, um dort Mädchen aus dem Volk beim Tanz zu beobachten. Neben den zeitgenössischen tänzerischen Darbietungen inspirierten Kanova besonders die Darstellung von Tänzerinnen auf den antiken Wandmalereien, die 1749 in Pompeji entdeckt worden waren. In der Ausstellung können Sie Kanovas Beschäftigung mit dem Thema Tanz facettenreich erleben. In Zeichnungen, Temperamalereien, Gemälden und als Gipfel letztlich in seinen drei etwa lebensgroßen dreidimensionalen Tänzerinnen, die in der Ausstellung zum ersten Mal gemeinsam gezeigt werden. 1 2 6 7 7 8 3 Untertitelung des ZDF, 2020